Lass mich raten, du postest schon regelmäßig bei LinkedIn, aber so richtig was passiert ist noch nicht. Weder eine Anfrage erhalten, noch zahlende Kunden darüber gewonnen. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich zeige dir, wie du in wenigen Minuten den perfekten Contentplan für LinkedIn erstellen kannst mit ChatGBT. Wie das genau funktioniert und was du dafür brauchst, werde ich dir jetzt in dieser Folge verraten. Zuerst möchte ich mich kurz bedanken, wir sind auf dem besten Weg 5000 YouTube-Abonnenten zu knacken, was unglaublich ist. Wenn dir also das Video gefällt, gerne ein Like da lassen und meinen Kanal abonnieren, das würde mich extrem freuen und jetzt springen wir in die Folge direkt rein. Wenn dein LinkedIn-Content heute noch nicht konvertiert, hat das meistens zwei Gründe und der erste Grund ist, dass es keinen roten Faden in deinem LinkedIn-Content gibt. Und wie wir das lösen, werde ich dir heute zeigen und zwar, wie wir es mit ChatGBT innerhalb von wenigen Minuten lösen können und dafür habe ich wieder ein wunderbares Dokument erstellt und zwar der perfekte Contentplan für LinkedIn. Wenn du dir dieses Dokument sichern willst, kurz das Video liken und Contentplan in die Kommentare schreiben und dann schicke ich dir den Link zu und du wirst sehen, dass ich ein paar Bausteine übernommen habe aus den letzten ChatGBT-Videos und weiterentwickelt habe und gucken wollte, was wir machen können, um es uns so leicht wie möglich zu machen, einen Contentplan für LinkedIn zu erstellen, der am Ende konvertiert. Denn du siehst an der Formel hier, dass ich einfach mal sehr breit reingegangen bin und gesagt habe, hey, ich nehme mal ein Beispiel, entwickle 15 Titel für LinkedIn-Content in Du-Form mit jeweils maximal 8 Wörtern, wenn ich Beratungsunternehmen als Kunden gewinnen will, um ihnen dabei zu helfen, Mitarbeiter zu motivieren und langfristig zu halten. Das Einzige, was ich vorgebe, ist tatsächlich, welche Zielgruppe ich als Kunden gewinnen will und bei welchem Ergebnis ich ihnen helfe. Und ich war mir nicht sicher, ob ChatGBT das hinbekommt oder nicht und vor allem war ja auch spannend, ChatGBT zu fragen, was für Content sie veröffentlichen würde, also die AI, wenn es darum geht, Kunden über LinkedIn zu gewinnen. Und das Programm, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, ob es liefert oder nicht und du siehst vielleicht aus dem Augenwinkel, dass ich hier ChatGBT Plus benutze, also die bezahlte Version. Ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, bis jetzt noch nichts dabei gewesen, was in der kostenfreien Version nicht dabei ist. Ich habe das Gefühl, seitdem ist es nur noch langsamer geworden. Also insofern, das, was ich dir zeige, funktioniert auch alles mit der kostenfreien Version. Wir gucken uns das Ganze hier an und das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Endlich kommen wir auch zu LinkedIn-Titeln, die kürzer sind. In der letzten Zeit hatte ich immer so endlos lange. Und das, was ihr hier vorschlägt, ist perfekter Expert-Content, also fachliche Inhalte. Social-Content funktioniert nochmal anders. Da gibt es dann andere Chat-Tweets und GBT-Befehle dafür. Aber wenn du gute fachliche Inhalte jetzt veröffentlichen willst, ist das, was hier sozusagen steht, perfekt. Und jetzt kommt ein Prompt oder ein Befehl, auf den ich sehr stolz bin. Denn tatsächlich wollen wir das Ganze natürlich jetzt, diese Headlines, können wir natürlich uns schnappen, können damit sozusagen den Content vorplanen, können das Ganze in Buffer oder in Authored Up oder so ein Tool packen. Aber wir können natürlich noch was Cooleres machen. Und das kannst du hier tatsächlich eins zu eins kopieren. Können Chat-GBT hier mal einen Content-Plan erstellen lassen. Und hier wird es natürlich richtig cool, so einen Content-Plan jetzt von Chat-GBT an die Hand bekommen, für wirklich die nächsten Wochen. Perfekt. Also du siehst hier ein Astreintable, wo das Datum jeweils sozusagen ist, mit aktuellem Zeitpunkt. Habe ihm gesagt, dass er die Headline reinpacken soll. Sozusagen das übernimmt er dann von hier oben. Dann habe ich ihm gesagt, dass er ein bisschen was zum Inhalt sagen sollte. Also so eine erste Idee, was könnte ich an Tipps und Strategien reinpacken. Und dann habe ich ihm noch gesagt, hey, pack mal eine Kommentarfrage hinten rein sozusagen. Was sind deine bewährten Methoden zur Mitarbeiterbindung? Da muss man wahrscheinlich nochmal ein bisschen feilen. Aber dieser Table ist eigentlich perfekt, um wirklich einen Content-Plan für die nächsten Wochen aufzustellen. Gerade wenn du entweder ganz am Anfang bist mit Content, hast du hier was, woran du super gut arbeiten kannst. Und wir kommen gleich drauf, was wir dann daraus machen. Oder wenn du, wie gesagt, deinen Content schärfen willst, weil du siehst hier an der Gleichung, du musst dir deiner Zielgruppe klar sein, wen willst du eigentlich erreichen über dein Content. Und zweitens, du musst dir darüber klar sein, bei welchem Ergebnis du ihm hilfst. Wenn die zwei Variablen nicht stimmen, aber du siehst halt in diesem Dokument sind nur noch zwei Variablen, die du eigentlich bereitstellen musst, um richtig guten Content sozusagen zu erzielen. Das war's. Rest übernimmt ChatGBT für dich. Und jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Und die Prompt sozusagen kennst du vielleicht schon. Jetzt können wir nämlich einfach zu diesen einzelnen Sachen hier uns einen Post schreiben lassen und nehmen, schreibe einen LinkedIn-Post zu der Headline. Zack, zack, zack. Und astrein schreibt er mir hier einen Post dazu. Noch cooler wird es, glaube ich, wenn man eine Case Study sozusagen dazu reingeht, teile eine Case Study, wie wir als, wie ich als Leadership Coach einem Beratungsunternehmen dabei geholfen habe, Mitarbeiter zu binden. Und hier schreibt er natürlich jetzt eine astreine Case Study, die man noch im Nachgang ein bisschen kürzen kann. Er könnte aber gerade so Case Study sind natürlich perfekt für LinkedIn. Und jetzt könnte man tatsächlich sich auch das schnappen. Hier einfach mal so ein Post. Zack. Zack, teile eine Case Study zu der Headline. Und jetzt lassen wir ihn hier noch ein bisschen weiterlaufen und sagen jetzt noch ein bisschen kürzer und spannender. So was geht natürlich auch. Perfekt, deutlich kürzer. Ergebnisse sind drin. Perfekt. Das Verrückte ist, dass du wirklich mit diesen kleinen Prompts hier nie wieder auf einer weißen Seite sozusagen anfangen musst. Du hast eine ganz klare Zielgruppe mit deinem Content sozusagen immer vor Augen. Und du kannst in deinem Content ganz genau erklären, bei welchem Ergebnis du deiner Zielgruppe hilfst. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und das ist auch Grund Nummer zwei, warum es im Content meistens scheitert, beziehungsweise noch nicht zu Anfragen führt, ist, das, was du jetzt heute hier gemacht hast mit ChatGBT, musst du mindestens mal 60 bis 90 Tage durchziehen und auch konsequent auf diese Zielgruppe ausgerichtet umsetzen, weil wir wirklich relativ lange Saleszyklen im B2B-Bereich haben. Das bedeutet, selbst der beste Interessent kann über dein Content stolpern und sagen, genau danach suche ich. Aber es braucht im B2B-Bereich leider viel, viel Zeit, bis genug Vertrauen da ist, dass die Leute sich dann bei dir melden und es wirklich zu einer Anfrage kommt. Ganz wichtig, wenn du dir das Dokument noch sichern willst, dann kurz das Video liken und Contentplan in die Kommentare schreiben. Dann kann ich dir den Link zuschicken. Und bevor du jetzt wegklickst, nächste Woche halte ich einen super spannenden Vortrag in unserer kostenfreien LinkedIn-Marketing-Community. Den willst du auf gar keinen Fall verpassen. Wenn du also noch nicht dort Mitglied bist, dann solltest du jetzt beitreten. Den Link findest du hier unter dieser Folge. Über 1000 Leute sind bereits Mitglied und da ist richtig was los. Also insofern, da solltest du reinschauen. Und du hast mich sagen hören, dass es schon vorherige Videos zu dem Thema ChatGBT gab. Die solltest du dir jetzt ansehen, weil alles, was ich dir heute gezeigt habe, macht noch mehr Sinn, wenn du dir die jetzt anguckst. Und insofern spring in das Video rein. Dort ist alles drin und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.